So, einen schönen Vormittag zu wünschen. Heute, am Dienstag, den 6.11.2018. Ich stehe vor der Burg Oberkapfenberg. So ist das Wetter da. Da hat es aufgerissen, herrlich. Super, dafür sind wir gleich da. Wir stehen bleiben, wenn wir am Warnast hinfahren wollen, am Bokushaufe, aber da ist nichts, da ist alles drüben. Jetzt bleiben wir da, ich zeige euch das. Da ist hinten die Kirche erlauben, ist Maria Loreto, rechts von der Burg. So, jetzt geht es eine Runde. Und von 22. bis 25. haben sie Weihnachtsmarkt da auf der Burg erlauben. Weihnachtsmarkt, Burg Oberkapfenberg. Da ist auch so ein Flugschaf, ein Greifvogel, da sind die ganzen Käfige drin. Da hinten draus ist die Mugl. Leumaufhe. Die Mugl heißt das. Der Sein ist auch dort. Die Brücke hoch. Und da, wenn wir da hineinschauen, da geht es mir wie eine Zöl zu. Sieht man eh, wie es ist, wie schwarz. Der Hochneppel. Und da auch ein Bokush. Jetzt haben wir gesagt, bleiben wir da. Da haben wir noch blauen Himmel. Da geht es ins Mürztöre rein. Jetzt sage ich, ja, da ist es da. Da werden es heute die Weihnachten an der Burg Oberkapfenberg. Das ist da hinten, da draußen von der Burg. Vorführung. Da können die Leute zuschauen. Da sieht es genau, die ganzen Bänke. Schau, wie schön blau da ist. Roman. So, und jetzt zeige ich euch noch das Mürztöre rein. Da geht es raus. Da sind wir rein am Semmerring auf. Wenn es ganz klar wird, könnte man bis zum Semmerring da sehen. Da fährt der Zug. Das ist von Karpfenberg. Vordergrat. Das ist ein Loch. Das ist der Bauhof. Und da ist die Böhlerwerke, da bei Karpfenberg. Da draußen. Da geht es Maria-Zödech draußen rein. Ja, Richtung Auf. Ich tue auch vielleicht noch eine. Genau, und hochschwappt die Maße, ich sage es aber alles zu. So gut, habe ich euch das geschildert. Okay. Der Burg schließe ich an. Und wenn wir da hinten schauen, zum Brieselbauer, ist auch so ein Wanderweg. Ja, genau. So, gut. So ist das da oben. Es ist ja viel Bewegung da unten auch. Das ist eh logisch. Ja, das ist auch sehr viel da oben. Ja, da geht ich noch ein bisschen führern. Jetzt kommt da noch ein Zug, dann holen wir ihn auch noch. Der letzten Zug ist das. Wenn ich da hinhalt, muss er da hier zu vieren kommen. Dort vorn nachher. Bahnhof zu. Ja, ja, kommt schon. Ein roter Loch. Mit alles lassen. Oh, der ist schon schnell langer. Gut. Also. Schön Tag, wenn ich euch alle. Wir haben es da oben noch der Rotenwein, Graz, sind wir weggefahren. Ist nur alles zu. So den ganzen Tag nur Nebel da oben. Südlich von Mu und Mürz. Oh. Gut dann. Ganz schön. Äh, ist ja fett, ey. Oh, du mit einander.